Hallo, man nennt mich Ritchie Müller und ich bin dabei, hier. Da kann man nämlich ganz tolle Sachen machen, und zwar Kindern helfen, indem man sich mal auf dem Fahrrad anstrengt. Es gibt noch einige Plätze und wir würden uns freuen, euch dort zu sehen. Ich bin einer der Teamcaptains, aber das viel schönere ist, man kann ganz tolle Menschen dort sehen, und zwar Olympiasieger, Weltmeister in unterschiedlichsten Sportdisziplinen. Aber das Wichtigste ist, man kann Kindern helfen, indem man sich mal abstrampelt. Circa 60 Kilometer, aber für die gute Sache ist das ein Katzensprung. Wir würden uns freuen, euch dort zu sehen und euch dort zu begrüßen. Ganz liebe Grüße, Ritchie Müller.